Ach, ich dummer Vollidiot, wozu habe ich denn meine Packers? Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Player Gathering. In der heutigen Folge werden wir mal wieder eine neue Angriffsstrategie ausprobieren. Und zwar nennt sich die GoPW eine Angriffsstrategie aus Golems, Packers und Valkyren. Also, es ist wie, fast wie GoWipe, nur dass man da keine Magie hat, sondern stattdessen die Valkyren. Wir gucken einfach mal, was die Valkyren reißen können im Gegensatz zu den Magiern. Ich würde auch sagen, wir fangen einfach mal an. In der Zauberspruchfabrik haben wir drei Wutzauber und einen Sprungzauber, natürlich noch einen Giftzauber dabei, falls er eine Clambook hat. Was eher selten der Fall ist, wenn man jetzt nicht im CW damit angreift. Ich versuche möglichst eine Trophy Base zu bekommen mit viel Looten, natürlich, was man jedenfalls sucht. Als erstes sollte man versuchen, ein paar Valkyren vorzuschicken, um die Außengebäude kaputt zu machen. Dann muss man die Golems dahinter setzen, dann die restlichen Valkyren. Dann am besten natürlich die Packers und dann die Helden. Na ja, Helden und Packers ist eigentlich relativ egal, wie man die setzt. Hauptsache halt, dass man die vorherigen Truppen davor setzt und dann die Packers oder dann die Helden. Je nachdem, wie man Bock hat. Gerade Level 10er, aber die Inferno-Türme würde ich doch eher meinen. Wobei die auf Multi gestellt sind. Wo die... Wobei Multi, Multi dagegen... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nie mit der Angriffstrategie ausgegriffen, wie ich höre. Ich habe mir die Angriffstrategie auf der Wikipedia-Seite rausgesucht. Also, falls ihr auch mal andere Strategien sucht, schaut doch einfach mal auf der Wikipedia-Seite vorbei. Im Optimalfall habe ich es sogar verlinkt, aber wahrscheinlich nicht, weil ich gerade schon am Vorproduzieren bin für den Urlaub. Denn ich bin vom 17. Juli bis zum 4. August nicht mehr in Deutschland. Und ja, das müsst ihr eigentlich schon gesehen haben. Beziehungsweise, ich müsste schon ein Infovideo darüber gemacht haben. Und ich würde auch sagen, wir werden die Gegnersuche überspringen, weil wir hier keinen passenden Gegner finden. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich dreckige Sau, ich dreckige Sau. Aber ich glaube, wir müssen den einfach nehmen. Denn wenn wir jetzt Loot-technisch sehen, sind das fast 300k von beidem. Und es tut mir wirklich leid, wir machen zwei Angriffe. Also, ich habe ja noch Zeit, mir einen stärkeren Gegner rauszusuchen. Als erstes versuchen wir Klarmur-Glocken. Können wir mal gucken. Okay, scheint nichts drin zu sein. Das ist schon mal gut. Normalerweise haben diese Gegner immer was in der Klarmur, wenn die so viel Loot haben. Ich würde sagen, wir setzen doch erst die Golems statt die Walküren. Die Strategie scheint mir klüger zu sein. Die Walküren hinterher. Zwei Mauerbrecher können wir setzen. Da habe ich einfach zum Auffüllen mitgebracht. Und jetzt warten wir, was die Walküren so reißt. Die Mauerbrecher haben schon mal die Mauer schön aufgeräumt. Jetzt werden wir einfach mal die Helden setzen. Also, die Mauerbrecher haben das schön gemacht. Der Wutzauber saß relativ gut. Werden die Packers nach innen laufen? Das ist jetzt die Frage. Sprungzauber können wir natürlich hier setzen. Im Optimalfall müssten es sogar drei Sterne werden. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster heraus. So, jetzt können wir den Wut in die Mitte schmeißen, damit die schon mal einigermaßen aufgeräumt wird. Eine Giftzauber konnten wir uns schon mal sparen. Das ist eigentlich relativ praktisch für den nächsten Angriff. Sparen wir etwas Dunkles. Jetzt gucken wir mal, was die hier alle so reißen können. Normalerweise, wenn das keine drei Sterne wären, dann ist das echt peinlich. Sind doch Walküren da. Barbarenkönig können wir zünden. Wird langsam Zeit. Bogenschützenkönigin läuft nach außen, aus welchen Gründen auch immer. Golem lebt da noch. Das hat gar nicht so gut geklappt, wie ich mir gedacht habe, man. Okay. Natürlich, die Queen räumt außen noch auf. Alter, die Walküren sind ganz schön schnell down gegangen, fällt mir gerade auf. Ja. Das war ein Problem. Puh. Das wundert mich jetzt, dass keine drei Sterne geworden sind, normalerweise. Okay. Die Taktik ist verbesserbar. Mal gucken, wie wir es im zweiten Angriff anstellen werden. Eventuell werde ich ein bisschen die Truppenverteilung etwas anders aufteilen. Eventuell sogar noch ein Golem weniger. Ich weiß es nicht. Muss ich gleich gucken, aber ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Und ich werde mir gleich raussuchen, wie ich das am besten anstelle. Queen können wir gleich zünden. Die meisten Loot haben wir rausbekommen. Elixiermäßig haben wir alles rausbekommen. Goldmäßig noch ein Lager. Haben wir ein bisschen angekratzt. Natürlich nicht alles, aber ich würde mal sagen, das ist alles in einem ein gelungener Angriff gewesen. Die Golems sind da sogar immer noch am Leben. Not bad. Not bad. Ähm. Bogenschützenkönigin könnten wir gleich zünden. Ja, zünden wir. Wir können den Angriff beenden. Das meiste haben wir rausgeholt. 218k Gold. 277k Elixier. 357 Dunkel. Und wir sehen uns gleich im nächsten Angriff. So, ich glaube, hier hätten wir eigentlich einen Gegner, den wir mal so mitnehmen könnten. Das Rathaus steht zwar relativ weit außen, aber ich glaube, das stört nicht allzu sehr. Auf jeden Fall, ich habe mir nochmal auf der Wikipedia-Seite durchgelesen, wie es genau funktioniert. Man soll als erstes einen Sprungzauber- bzw. Außengebäude zerstören. Einen Sprungzauber rein, damit die Golems reinlaufen. Dann noch einen Sprungzauber rein, damit alles reinläuft. Also, ich habe die Taktik etwas falsch gemacht. Und jetzt ist sie auf jeden Fall richtig. Zwei Außengebäude schon mal kaputt machen. Die Überkühlen halten ja eigentlich einiges aus. Den Sprungzauber werden wir gleich schon mal draufsetzen. Jetzt zum Beispiel. Ist eine gute Gelegenheit. Ich hoffe mal, dass die Strategie wirklich so gut ist, wie sie halt da bewertet wurde. So. Setzen wir die hinter... Was? Wirklich? Okay, jetzt geht aber bitte. Wollt ihr mich... Da ist ein Sprungzauber, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Also... Ja gut, habe ich gesagt, dass die Taktik so klappen wird? Ja, das habe ich, aber... Okay, doch, jetzt laufen die in die Mitte. Das trifft sie doch einigermaßen gut. Leider ist wieder nichts in der Klamburg. Da können wir nicht den Sprungzauber einsetzen. So, wo sind... Die Walküren leben noch. Wir setzen einfach mal eine Wut drauf. Ah, die hätte man mittiger setzen können. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ach, ich dummer Vollidiot. Wozu habe ich denn meine Packers? Wozu habe ich denn meine Packers? Ja, das ist eine gute Frage, David. Das ist... Ich bin so ein Vollidiot. Ah, das hätte man so besser regeln können. Denn die Bekürungen haben jetzt viel länger überlegt. Überlegt, ich schür. Überlebt. Aha. Eventuell, wenn wir jetzt noch irgendwie die Mauerbrecher dahinsetzen. Vielleicht laufen die ja noch nach innen. Yo. Ein Packer hat sich sogar noch entschieden, nach innen zu laufen. Also, mein Fazit wäre... Der Angriff hätte besser laufen können. Hätte ich nicht vergessen, die Packers zu setzen. Allerdings war ich ja so ein dummer Vollidiot. Hab vergessen, die Packers zu setzen. Zwei Sterne sind es geworden. War auch, glaube ich, relativ einfach. Das Radius hätten wir auch bekommen, wenn es in der Mitte gestanden hätte. Denn in der Mitte ist ja alles weggefegt worden. Aber es war nicht ein starker Radius Level. Neuner. Ich habe ewig gesucht. Aber ich habe meistens so Radius Level Achter gefunden. Und den wollte ich ja nicht wieder angreifen. Ein Krankenwagen ist draußen. Und dann war es das eigentlich mit dieser Strategie. Ich hoffe, ich konnte euch eventuell ein bisschen weiterhelfen. Also, falls ihr es mal ausprobieren wollt. Ihr könnt mir immer eure... Eure Kommentare, genau. Eure Erfahrungen mit der Angriffsstrategie unten in die Kommentare schreiben. Falls ihr es mal ausprobiert habt. Beziehungsweise noch macht. Würde mich mal interessieren. Okay. Einige Packers... Die Packers leben zwar noch, aber... Drei Sterne... Es hätten drei Sterne werden können. Hätte ich nicht vergessen, die Packers zu setzen. Aber... Ich habe ja vergessen, die Packers zu setzen. Und deswegen... Wurde es leider nichts. Die Packers sind da draußen... Außen langen. Laufen. Boah. Mein Deutsch ist heute auch nicht so schnieke. Ja, jetzt hämmer die Queen noch auf die Mauer. Und, ja... Ein Bogenschützenturm und die Kanone. Die machen am Ende den Unterschied. Und die Zeit hätte auch nicht gereicht. Ja, am Ende über 80% geworden. 90% werden es leider nicht mehr. Dank der Zeit auch. So hätten wir das nicht mehr geschafft, schätzungsweise. Jetzt ist alles gestorben. Allerdings können wir die Giftshauber noch setzen. Aber wozu? Ich meine, da ist ja nichts mehr was wir setzen können. Das war es dann auch mit der heutigen Angriffsstrategie. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Angriffsstrategien sehen wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Und ich werde natürlich mehr Videos darüber machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.